so hallo liebe leute eine neue aufnahme session eine neue woche mit heroes of the storm und zwar eine ganz wichtige woche im heroes of the storm bereich und zwar kommt der der gute midi am mittwoch und das neue ranked system deswegen für euch die kleine info ich hab's glaube ich in dem info wieder was ich am wochenende rausgeschmissen habe das müsste momentan schon da sein ich weiß es gar nicht glaube schon habe ich euch kurz eine information bezüglich meines kanals mit auf den weg geben dass ich erst wieder am donnerstag heldenliga spiele präsentieren werde weil danach also nachdem der mittwoch am mittwoch werde ich auf jeden fall streamen das steht schon mal fest ob ich es am donnerstag schaffe weiß ich noch gar nicht mit dem mit den folgen ansonsten geht es nämlich am freitag samstag und sonntag erst mit der heldenliga weiter das tut mir an dieser stelle leid aber ich möchte jetzt mich nicht noch mit der heldenliga so wie sie jetzt ist also das alte ranked system rum ärgern deswegen gibt es erst einmal anfang der woche regulär keine heldenliga also spätestens am donnerstag oder freitag gibt es dann die heldenliga mit dem neuen ranked system ich werde am mittwoch ein stream machen wo ich meine placement matches spielen werde und bis in die heldenliga reingucken werde am dienstag werde ich auch streamen das ist auch schon fest ja und was wollte ich noch sagen ja und quick matches bleibt wie gehabt und wir beginnen einfach mal ich werde eine held spielen den ich freitag sehr sehr oft gespielt habe und zwar den und zwar den spiele ich am besten als erstes und dann gucken wir mal wie es läuft ich habe mit denen eine ganz schöne siegesserien hingelegt wer den stream verpasst hat warum auch immer ich habe jetzt nicht so viele zuschauer ihr wisst ja wie wie ich da bin es kümmern mich an den scheißdreck wie viele zuschauer ich habe letztendlich mache ich ja sowieso das was mir spaß macht und ob da jetzt so der zuschauer oder nicht ist ja ist mir jetzt nicht unbedingt so wichtig ist schön gar keine frage aber ist jetzt nicht unbedingt ich bin jetzt nicht darauf fokussiert dass ich da jetzt nur so keine zuschauer keine lust zu streamen ich streame einfach weil ich lust habe gerade das spiel zu spielen und im zusammenspielen mit youtube ist es sowieso mal eine ganz nette sache na gut schauen wir mal wie das spiel wird so ich werde in zukunft übrigens auch mehr darauf achten dass ich euch nicht die ganze zeit den ladebildschirm präsentiere also in zukunft wieder mehr spiel weniger ladebildschirm so ich zeige euch kurz teams wir haben auf unserer seite zagara tracer und illidan und moralis und auf der gegner seite auch moralis und hammer das wird besonders ätzend und die haben natürlich zwei spezialisten das wird noch mal ätzender die haben übelst viel damage wir können aber auch und weil ich zwei jetzt am freitag sehr häufig gespielt habe ich hatte sieben matches mit einem aus der community gespielt wenn ihr gerne mal mit mir spielen wollt dann schaut ja im stream vorbei da bin ich immer bereit mit euch zu spielen und da hat man richtig gute spiele gehabt naja da werde ich wo hoch gehen müssen dann tue ich das mal das wollte ich mich ja richtig drauf also mal gucken wie wir das machen das wird hier natürlich nicht einfach gegen die beiden gegen die beiden gegen die beiden ja da kann ich nicht viel machen gegen den guten hammer wenn er da ständig mit moralis rumhängt geht hin und erobern die alte herr die 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 Ja, der verschlingt euch. Sieht schon mal ganz gut aus. Oder auch nicht. Das wird schwierig, da oben mit Morales und Hammer. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ja, ich habe Strall am Freitag sehr häufig gespielt. Sieben Partien. Sechs davon gewonnen, eine verloren. Und das lief echt ganz gut. Ich habe nämlich vor, den guten Greymane, Johanna und auch Strall fit zu machen für die Heldenliga, damit ich mich dann auch mal sicher fühle, das zu spielen. Jetzt komme ich dann ein bisschen zu spät. Nein, denn du musst sie unverzüglich einnehmen. Okay, Morales ist daut. Hammer kommt ja auch nicht mehr weg, oder? Die Altäre sind wieder erschienen. Aktiviert sie jetzt! Hammer ist mein. Nehmt den Totengräber unter Beschuss. Eure Zeit ist los. Ich allein herrsche über dieses Reich. Hammer ist das. 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 Sieht erstmal ganz okay aus. Mal gucken. Beim nächsten Mal versuchen die Camps früher zu machen. Ich geh mal runter. Morales unterstützen. So, ich werde mit Erdbeben spielen. Stuttet euch Helden. Lasst nicht zu, dass die Lakaien des Totengräbers die Altufe erobern. Da haben sie nicht ganz mitgemacht. Hätte ich mir gerne gewünscht des Morales. Damit in die Teamfight reingeht. Aber dann hat man sie locker bekommen. Erdbeben ist ziemlich stark. Wie ich gemerkt habe. Naja, irgendwie nicht. Das sieht immer noch gut aus für uns. Aber... Möglicherweise hätte das sogar besser laufen können. Da sind sie jetzt alle unten. Dann bleibe ich auch unten. Gönnen jetzt natürlich ein bisschen EP Farmen. Gönnen. 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 Gehrein. Gönnen. Gönnen. N legend komunfeed zu Moyen. Nice one, das hat gut funktioniert Mit Erdbeeren Na, das ist ein... Er hat gewartet, dass es soweit ist Die Zeit ist gekommen, erobert die Altäre in meinem Namen Sein Turm wurde mir genommen Die Zeit ist ein... Bis zum nächsten Mal. Also gerade auch mit unser Kombo ist es halt einfach ziemlich gut mit Erdbeben, ich kann Moralis ganz gut damit beschützen. Man macht zwar kein Damage wie Sundering aber wir haben dadurch natürlich auch viel mehr Kontrolle. Also jetzt sieht das doch ganz gut aus. Sie müssen einen Tower wegbekommen, versuchen hier zwei wegzubekommen. Und dann sollten wir die Sache eigentlich vergessen haben. Das war eine kurze Partie aber wir haben das auch ganz gut gerockt würde ich vermuten. Na und er ist sogar bald Level 9, ich habe ganz schön häufig gespielt im Livestream. Das wollte ich nicht hin. Genau, Warcraft Handy 500 Gold brauche ich noch damit ich Medivh mehr holen konnte ohne dass ich Geld bezahlen muss. Mehr oder weniger, 21k. War ok, Tracer richtig rauf aufgeräumt. Das mit Erdbeben war ja einfach die bessere Möglichkeit, weil die nicht so viele Helden haben die wirklich wegkommen. Ein Xur ist dann halt gefangen, Moralis war das natürlich auch sehr sehr gut. Also er gefällt mir immer mehr, gerade mit Erdbeben. Sundering habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mal so häufig gespielt. Deswegen eher ein Richtung Erdbeben, was viel viel stärker meiner Meinung nach ist als Sundering. Gerade in so engeren Passagen und Teamfights. Das war schon ganz gut. Na gut, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!